einen wunderschönen guten abend meine lieben freunde auf maverick tv zu später stunde und zwar haben wir das lange nicht mehr gemacht auf maverick tv dieses format fragen und antworten an den onkel bedeutet ihr stellt eine frage oder mehrere aber besser eine unter das video unter das video und sagen wir mal paar tage oder einen tag oder eine woche mal gucken wie lange ich bock habe macht einfach 1000 die 1000 fragen voll und ich werde dann in einem langen die antwort video dann rede und antwort stehen zu jeder frage ich werde jede frage versuchen so gut es geht zu beantworten deswegen stellt mir unten in die in den video kommentaren eure frage und der onkel antwortet denn es ist wieder viel passiert seit dem letzten frage antworten video und da haben sich sicherlich viele fragen bei euch an den onkel angesammelt und ich gebe euch jetzt mal die möglichkeit und die chance die frage die ihr schon immer auf dem herzen hatte dem onkel unter diesem video zustellen und die antwort kommt prompt in dem antworten video vom onkel höchstpersönlich in diesem sinne ich bedanke mich fürs zuschauen mein name ist maverick berlin ihr wart auf maverick tv macht die geldzielmaschine ja 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 ja